Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal, wie man es im Titel schon lesen kann, Banjo-Tooie wird es sein. Ursprünglich habe ich mir eigentlich vorgenommen, dieses Spiel zwei Jahre nach dem Abschluss meines Projektes Banjo-Kazooie zu spielen, weil es direkt zwei Jahre danach anknüpft. Aber naja, aus den zwei Jahren wurden nun fast vier, aber naja, egal, besser spät als nie, würde ich mal sagen. Ich bekam doch den lieben Arcus-LP jetzt irgendwie ganz deute Lust, Banjo-Tooie zu spielen, weil er vor einigen Tagen Banjo-Kazooie angefangen hat und dachte so, oh mein Gott, du musst das auch mal wieder spielen. Und nun ja, eigentlich wollte ich ein anderes Projekt starten, aber naja, das kann erst mal warten. Jetzt ist das erst mal dran. Einen Moment, ich drücke mal auf Start. Dann kommen wir hier in die Auswahl. Ich möchte als erstes das Spiel natürlich auf Deutsch stellen. Da, Language, Englisch. Dann gehen wir mal auf Deutsch. Kann ich irgendwie sparen? Ja, hier. Sehr schön. Jetzt zahlen wir alles auf Deutsch. Wenn wir etwas Bild umfragen, was kann man denn noch alles einstellen? Jetzt gucken wir uns besser jetzt erstmal nicht an, bevor ich jetzt hier irgendeinen Mist mache. Lassen wir das lieber und fangen am besten einfach an. Ich wähle den zweiten Spielstand, weil ich mich ganz genau daran erinnere, dass da damals ein Bild von Kazooie war und Kazooie mein absoluter Lieblingscharakter ist. Und ja, ich drücke jetzt mal A und los geht's. Ich bin gespannt. Zwei Jahre sind nun vergangen. Sag ich's nicht? Seit Banjo und Kazooie die böse Grundhilda zu Fall brachten. Ja, oder vier. Wie man auch will. Ich hab's verkackt. Ich geb's zu. Naja. Nach dem Sturz aus ihrem Turm begrub man sie tief unter der Erde, wo sie bis zum eben diesen Tage blieb. Und Klungo wartet dort. Welcher auf einmal hier einen Sprachfehler hat. Oh Mann. Nicht gut. Herren kann verelfen immer noch nicht heben. Das ist korrekt. Alle nur wegen befeuerten Bär. Oho. Ach, die gute alte N64 Grafik. Total toll. Mumbo gut spielen. Hat viel Bares von Bär. Wie er gerade in die Augenbrauen hochgezogen hat. Er hat recht, Kazooie. Da geht dein Vogelfuttergeld hin. Sei da nicht so sicher, Banjo. Hey, schaut mal raus. Die Hexe Grundi kommt. Und da schnappte sie sich mal ganz schnell ihr Vogelfuttergeld. Wo, 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 Kazooie? Ich sehe sie nirgends. Oh, äh. Special Alarm Bottles. War wohl nur Einbildung. Komm, Knochenfratze. Spielen wir. Ich habe heute Glück. Hi, hi, hi. Ach, Kazooie. So. Währenddessen. Ach, jetzt kommt gleich dieser riesen Mega-Bohrer, glaube ich. Spoiler Alert. Ja, ja, okay. Ich glaube, Leute, die das hier gucken, werden das Spiel schon kennen. Da. Als ob diese Stelle schon prädestiniert dafür gewesen wäre, hier einfach mal durchzubrechen. Na los. Hm, ich trinke da beide mal einen Schluck. Hört auf, mit dem Tisch zu wackeln. Mir wird sonst schlecht. Mumbo, nicht mit Tisch wackeln. Ganzes Haus wackeln. Oh, oh. Äh, vielleicht sollte mal jemand da draußen nachsehen. Ich habe Angst, dass ich auszusehen irgendwas überspringe, wenn ich den Text schneller vorbeigehen lasse. Also, wenn ich die Textgeschwindigkeit erhöhe. Ich glaube, man könnte den Text irgendwie schneller mit A oder B machen. Aber, naja, wir lassen das erstmal so. Für die Anfangsszene können wir uns etwas Zeit lassen. Seht euch das an. Ein Wunderwerk an Grafik. Also, ich war als Kind tiefst beeindruckt. Sofern die Grafik auch wirklich besser ist als im ersten Teil. Und das will schon was heißen. Hm, halt dich, Blubbelda. Unser Schwesterchen wartet. Einem wir sollten. Grund, die sonst böse wird. Dann von mir runter musst. Dann du von mir runter musst oder irgendwie so. Oh mein Gott. Es hat aufgehört. Was ist wohl wahr? Los, Kazooie. Mal sehen, was da so gerumpst hat. Aber draußen ist es dunkel. Und, und, äh, ich habe Angst. Mumbo fiel mutig. Ich gehe in Schauen. Gleich zurück sein. Ah, so ein Trottel, was? Oh, Frame Drops. Komm, Banjo. Hilf mir mal. Ups. Kazooie. Ja, also irgendwie haben die Protagonisten und auch die Antragonisten ein kleines Problem mit Sprachfehlern. Kommt relativ oft vor. Verfeihung, Herrin. Ich habe verfagt. Hm, Kondi nicht Sorgen muss haben. Ihre Schwestern helfen werden. Felf sehr groß ist. Kräfte verbinden wir müssen. Kondis Schwestern sollten jammern mitnichten. Ihr Zauber wird Felsen gleichrichtig vernichten. Sie anfeuert so. Yeah, yeah, yeah. Fakt ist er. Gegangen, der Fels. So kommen du kannst. Nein, 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 nein. Was ist geschehen? So habe ich doch nicht ausgesehen. Hübsch, Kondi aussieht. Abgenommen, du hast. Ich will meinen Körper. Ich hasse Knochen. Können die mir helfen? Ich muss darauf pochen. Ja, ein Plan wir haben. Also zurück zum Schloss. Ja. Also Mädels. Macht mich heil. Dann versohlen wir Benchos Hinterteil. Das nicht gut sein. Ich das Bencho sagen. Ah, Schädelmann hat uns gesehen. Nein, wir müssen ihn wegbritzeln. Wegpatzen. Okay. Überlass den Meer. Er ist kein Problem. Erst mache ich ihn platt. Dann zum Schloss wir gehen. Okay. Sind eigentlich ihre Knochen über ihrer Kleidung? Das ist ein wenig verstörend, aber okay. Schätze, mein Vogelfutter ist mir sicher, oder? Aber du hast gemogelt, Kazooie. Das ist nicht... Alle... Rennen müssen. Schnell. Kondi kommen. Oh-oh. Mein ist die Rache. Ich treffe ihn jetzt prompt. Mal sehen, wie dem Pelztier das bekommt. Ja, ja, Schädelbube. Und ich wette, sie hatte zwei Köpfe. Nicht Witz. Seht. Zauberspruch kommen. Er hat recht. Schnell. Alle raus. Darauf falle ich nicht noch mal rein. Ich bleibe hier sitzen. Oh-oh. Oh. Beeile du dich. Wir gehen müssen. Wartet, Schwestern, ganz auf die Schnelle. Bekam der Bär eine Ringsenschelle. Truppen wir lassen da, die Gegend zu zerstören. Oh ja, stimmt. Die zu legen, da ist ja ganz Spiral Mountain. Ich erinnere mich. Das war nicht so gut. Und zurück. Warte auf mich, Herren. Kondi. Nein, Klungo. Nein. Du bleibst hier. Doch komme ich bald zurück zu dir. Oh, armer Klungo. Oder Klango? Ich weiß es nicht. Ich habe dann noch so die alten Aussprachen. Man müsste eigentlich alles etwas Englisch aussprechen, schätze ich. Hm. Naja, ich nenne ihn trotzdem, Klungo. Ich hoffe, es stört euch nicht. So. Mumbus Kopf tun weh. Vielleicht auch Mambo. Man weiß es nicht. Seht unser Haus. Na, wenigstens sind alle noch heil rausgekommen. Hm. Hm. Moment mal. Wo ist die Brillenschlange? Oh. 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 Malwurf nicht gut aussehen. Es ist sogar schlimmer. Kondi hat den armen Bottles getötet. Erstmal Bauchkratzen. Im ersten Teil war er sowieso nicht allzu beliebt. Hast du? Entschuldigung. Kondi haben Haus zerstört und Bottles getötet. Sie bezahlen müssen. Bär und Vogel, hinter Hexe her. Mumbo euch später treffen. Super. Ich liebe es, Hexen hindern zu versohlen. Gehen wir, Banjo. Oh. Ich fürchte, es wird diesmal ziemlich anstrengend. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich den zweiten Teil einfacher fand als den ersten. Aber ich glaube, das ist so eine typische unpopular opinion. Weil viele, glaube ich, den ersten einfacher fanden. Aber ich weiß nicht. Mal gucken. Also ich werde versuchen. Ich werde auf jeden Fall versuchen. Was heißt versuchen? Ich werde einen 100% Run machen. Also alle Puzzleteile holen. Es wird ein, zwei Puzzleteile geben, die relativ schwer werden. Da werde ich bestimmt auch ein paar Mal einen Controller nachkaufen müssen, weil ich ihn gegen die Wand werfe. Aber ich mache es. Befeuere der Bärbel will. Hö, ich warte auf Viecher drin. Okay, ja. Ja, Klungo wartet da drin auf uns, um uns zu vermöbeln. Ich kann ihn jetzt auch schon vorwegnehmen. Er hat verschiedene Tränke. Ich überlege gerade, was sein erster Trank war. War das irgendwie so eine Unsichtbarkeit oder Verdopplung? Ich weiß gar nicht mehr, was der erste war. Die können verschiedene Sachen auf jeden Fall. Das Sitztier ist, glaube ich, so im Anfangsgebiet einfach nochmal, dass man die ganzen Moves nochmal rekapitulieren kann. Äh, ist hier irgendwas drin? Ne, da waren, glaube ich, damals die leeren Waben versteckert. So, mit goldenen Federn bist du sogar unverwundbar. Uh, das geht so. Uh, ja. Was euch überhaupt nichts bringt, weil ich nicht sehe, welche Tasten ich drücke. Aber hey, jetzt wisst ihr es. Was mich gerade wundert war, ey, ich möchte mir nochmal ganz kurz das tolle Loch von Kuntilda angucken. Dieser tollen Form. Oh, ich liebe das. Ach, ja. Rare. Hier ist gar nichts drin. Also, bestimmt die ganzen Übungsdingen, wo, Ding siehst, wo es damals, ähm, das Extra-Leben gab. Einfach. Da denke ich mal nirgendwo was drin sein. Hm. Aber gut. Okay. Äh, dann gehen wir mal hier hoch. Ähm, denn ich möchte noch jemanden besuchen. Ich glaube, man kann ja auch ein, zwei wichtige Sachen finden. Einmal diese, äh, coolen Easter Eggs. Ich weiß gar nicht mal, wie die hießen, ne? Aber das war, haben sie, glaube ich, schon eh gelassen, ne? Erklär ich mal ein andermal, was ich damit meine. Kasumi braucht rote Federn zum Fliegen. Ja, das weiß ich doch. Ich bin doch nicht von Gaston. Da eignet schon diesen Hochkletter-Move. Gab's in dem ersten Teil schon? Und das ist, dass ich jetzt hier voll auf die Phrase fliege. Wir fliegen mal. Hier rein. Einen Sturzflug gab's noch nicht, ne? Ich, 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 ich spoiler hier gerade alle Moves, die man noch lernt vermutlich. Es hat schwer sich zu merken, welche Moves dazukommen und welche er somit noch nicht jetzt kennt. So. Wir sind jetzt auf jeden Fall in Grundhütters Versteck. Jedenfalls das alte. Nimm die Eier als Munition. Und, ja, ich glaube 50 Stück gehen im Moment. Ich muss gleich mal gucken, wenn ich es hinkriege, immer ordentlich hochzuspringen. Ich bin zu blöd für alles. Ah, Alter. Ich muss vielleicht noch, oh ne, 100 kann ich mitnehmen. Nice. Da muss ich eben mal gucken. Also die Steuerung ist ein bisschen schwierig. Also sie geht. Aber es ist halt nicht fein justiert. Man merkt, dass es halt eben über einen Emulator läuft. Was normalerweise kein Problem ist. Aber gerade bei Jump'n'Runs. Ist das etwas schwieriger, würde ich mal sagen. Weil es da oft auch auf sehr viel Feingefühl ankommt, würde ich mal sagen. Ich brauche jetzt eh noch alles an Federn. Ich glaube, die spawnen ohnehin nach. Ja, warte mal kurz. Einfach nicht hingucken. Da. Hui. So. Na, komm, die eine Feder hole ich mir jetzt noch. Na, 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 na. Und. Ja. Nice. So, das habe ich alles. Jetzt reden wir mal mit dem jungen Herrn hier. Oder was auch immer das ist. Man weiß es nicht. Hallo. Na, man weiß es. Es ist ein Buch mit Augen. Hallo, Banjo. Erinnerst du dich an mich? Ich bin Cheeto. Das Zauberbuch. Naja, wir wissen, wer du bist. Hast du was Nützliches für uns? Ich fürchte, da hast du Pech. Und die hat alle meine Seiten herausgerissen, weil ich euch mit dem letzten Spiel geholfen habe. Es wäre wirklich sehr nett, wenn ihr nach ihnen Ausschau halten könntet. Oh, jetzt kann ich den Text schneller fortlaufen lassen. Na, was bringt ihr dabei für uns raus? Nun, für jede fünfte Seite vertraue ich euch ein kleines Geheimnis an. Wo meinst du einen Cheat? Na, ich heiße nicht umsonst Cheeto. Jo, wir haben kein einziges Cheeto-Blatt. Das ist schon mal wunderbar. Ähm, ich überlege gerade. Ähm, gab es jetzt hier noch irgendwas Besonderes? Also, gibt es auf jeden Fall noch viel Besonderes. Aber, äh, was wir im Moment schon machen können. Was ist denn das jetzt hier? Das ist eine Cheeto-Seite. Das geht doch schon mal super los. Dann nehmen wir die uns mal. Oh Gott, will ich wirklich alle Cheeto-Seiten holen? Und ich überlege gerade, ob ich mir das wirklich als 100%-Run antun möchte. Du hast eine fehlende Seite gefunden und komm zu mir, wenn du fünf Seiten hast. Ich bin in Grundis altem Versteck im Spiral Mountain. Wir haben uns zwar gerade eben erst getroffen, aber hey, okay, gut. Danke Cheeto, dass du uns das nochmal erklärt hast, eingängig. So, ähm, ja. Wann ist hin noch irgendwie? Was ist? Ich muss mal kurz überlegen. Ja, du M&M. Ich habe die als Kind immer M&M genannt, weil sie eigentlich, naja. Wie ein M&M aussehen. Sammle Honig, um Energie aufzufüllen. Ja, ja, sehr gut. Das ist alles cool. Ich gehe mal ein bisschen weiter. Da kann ich irgendwie mit der Ansicht ein bisschen weg. Ähm... Ich überlege gerade, wie lohnt es sich, da oben reinzugehen? Ich weiß nicht, was es hier... Also hier gab es, wie gesagt, wichtige Sachen, aber... Egal, komm, komm, egal, komm, egal. Komm, wir machen jetzt hier den ersten Bosskampf. Den möchte ich jetzt in dieser nice-and-ersten Folge schon schaffen. Oh, um alles andere mache ich mir später Gedanken. Seht ihr diese Vibrationen? Das ist Klunkos gewaltige Faust, wie sie auf dem Boden schlägt. So, schauen wir mal. Oh, 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 oh. Hallöchen! Na, was geht? Diener mit Demenz. Das ist aber merkwürdig. Ha, ha, ha. Wen darf ich nicht... Wenn das nicht Bärmvogel... Meine Herren, so viel... Was ist... Ich kann das nicht lesen. Das sind zu viele Fs. Also, daran würde ich mich erinnern. Ha, ha, ha. Ihr Feind befeuert. Dafür können wir richtig reden. Und schreiben. Wie auch immer. Ha, ha. Was? Klunko. Ey, jetzt Böfe. Euer... Was ist... Ich wollte in Ruhe... Was? Ich... Ich kann Klunko nicht reden. Ich kann ihn nicht sprechen. Entweder kann ich nicht schnell genug und ziffern, was er sagt. Oder... Der Text ist so schnell weg. Okay. Oh, mein Gott. So. Okay. Der erste Klunko ist der unsichtbare. Clever Klunko. Perfekt. Wir finden da... Äh... Fabel. Der... 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 Achso, ja. Du machst dich mit Tränken. Okay. Alles klar. Okay. Okay. Äh... Folgendes. Er macht dich unsichtbar. Wirft uns mit Tränken. Und macht dich unsichtbar. Wirft uns mit Tränken. Und macht dich unsichtbar. Und wirft uns mit Tränken. Ich glaube, ihr habt das Pattern verstanden. Oh! Und wenn ich getroffen werde, bekomme ich Schaden. Oh Gott. Äh! Gut. Das war jetzt nicht allzu anspruchsvoll, würde ich mal sagen. Aber wir haben es geschafft. Nichtsdestotrotz. Okay. Okay. FIFA Bär und Vogel. Äh... Verläpp... Ich... Bäh! Du wolltest es so. Lauf doch einfach weg. Und wir vergessen das Ganze. Ja! Gute Idee. Aber Klunko, habt ihr nicht befehlen vom letzten Mal... Okay, wir haben ihn nicht zum letzten Mal gesehen. Hat er, glaube ich, gesagt. Klunko, Altherrin! Äh, bitte, befrag auf Klunko mit deinen... Was? Oh Gott. Das ist jetzt so eine masoristische Ader, die er hat. Wer weiß eh, was dazwischen den beiden läuft. Na gut. Ähm... Wo... 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 Muss ich da hin? Ist Klunko von da gekommen? Ich habe immer so das alte Problem, dass ich nicht weiß, wo ich hin muss. Ich glaube, wir müssen da hin. Ist Klunko jetzt gerade da lang gegangen? Ich glaube, ein ultrakurzes Gedächtnis. Ne, das sieht irgendwie falsch aus. Oder doch nicht? Oh mein Gott, ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Ohohoho. Ich weiß es nicht. Sind wir im Chinchodorf? Jo, wir waren richtig. Nice to die so. Chinchodorf. Perfekto Bandico. Da ist schon die erste... Wie nennt man das? Äh... Uns wird's Clash erklärt. Da. Das ist eine meiner Luken. Ah, Luke. Okay. Wenn du noch mehr öffnest, entsteht ein Netz von Tunneln. Danke. Wie hieß er nochmal? Chinchodorf? 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 Das ist... Äh, ihr werdet es eher erfahren. Ich will nicht allzu viel verwecknehmen. Falls ihr das Spiel nicht kennen solltet, was vermutlich auf keinen einzigen meiner Zuschauer zutrifft. Sie sind alle weg. Komm in mein Thronsaal. Und ich erzähle euch, was passiert ist. Okay, cool. Äh... Hä? Äh... Äh... Jetzt. Hex-O-Land. Chinchodorf. Äh, das ist mein Palast. Nicht schlecht, was? Kommt nur rein und seht euch den, äh... Was, Chingster? Der Chingsi-Chiggy-Chigsi-Chig. Chingsi-Chiggy-Chigster. Chick... Chick... Was ist das denn? Achso, nee. Das ist nur eine Textur an der Wand, Susan. Bleibt cool. So. Alles klar. So, äh... Dann gehen wir mal zum super Chigster. Chingsi-Chigso-Chigs. Chigs-Chigso. Da handeln wir ganz schön viel ab in der ersten Folge. Eigentlich ist sie auch schon rum, aber die ersten Folgen mache ich ja meist eh ein bisschen länger. Deswegen auf zum Jinjo-König. Mal gucken, was er uns zu erzählen hat, der junge Herr. Okay. Ching-Chig-Chig-Aling. Ich glaube, das ist, ähm... Ich... Jaja, Chingeling. Also, das ist, glaube ich, eine Andeutung. Eine zweideutige. Also, ich erklär's später. Nun, was gibt es? Ich bin König Chingeling. König einer Jinjos überhaupt. Und Herr über dieses Dorf. Dein Reich wirkt etwas leer. Mein Volk wurde von diesen Hexen und ihrer riesigen Maschine in alle Winde verströmt. Eigentlich genieße ich ja die Ruhe, aber ich brauche sie für das Steinballturnier nächste Woche. Klingt mir nicht allzu wichtig. Doch, und wie. Es herrscht eine große Rivalität zwischen den Jinjos und den Maulwürfen. Wenn wir nicht auftauchen, könnte das Probleme geben. Oh je. Genau. Ach, aber hier ist noch ein Anreiz für die Rettung meines Volkes. Oh, ein Chick-Aling. Ich liebe das kleine Vieh. Das sieht aus wie ein... Ich weiß nicht. Ich glaube, du solltest den Meister Poseelo in seinem Tempel aufsuchen. Pose... wer? Poseelo. Er ist der Anführer eines uralten und geheimen Ordens, der die mystischen Mächte des Kristallpuzzles anbetet. Uralter Orden? Kristallpuzzlo? Äh, das hast du dir doch gerade ausgedacht, oder? Nein, ehrlich. Das ist alles wahr. Er ist sehr wichtig für euer Abenteuer, denn nur der Kristallpuzzlo kann die Welt öffnen und ihr betreten müsst. Kannst du uns den Weg zeigen, König Dingelding? Dingeling? Es wäre mir eine Ehre. Oh, ein schönes Bild. Ah. Hui! Wir müssen durch Bottles House. Oh, noch ein schönes Bild. Ah. Danke, Herr Dingeling, Klingeling, Tschingeling. Ding. Was irgendwie ein Synonym für Penis ist, aber okay. Ich glaube, das war die Absicht der Entwickler. Naja. Nicht schlecht für einen König, was? Äh. Sein komisches Haustierding war cool. Das ist wirklich cool. Es sieht aus wie eine rasierte Spitzmaus. Ich war auch eine rasierte Spitzmaus als Haustier. Was? Ich musste gerade an rasierte Spitzmäuse denken. Das hat mich etwas abgelenkt. Okay. Und Herr Dessen. Ja. Das sieht auf jeden Fall sehr pompös aus, wo auch immer sie gerade sind. Hm. Hm. Ich liebe diese Grafik. Tut mir leid. Das ist so geil. Los, Mädels. Die Zeit ist rar. Wie werde ich, wie ich mal war? Äh. Deine Reime, die Nerven. Hör auf. Oder wir es nicht sagen. Jetzt hört sie auf zu reimen. Nein. Haha. Meinetwegen. B.O.B. Das ist. Meingi und ich konstruieren den B.O.B.mer. Lebensenergie aus Erde, Pflanzen und Wesen ersaugt. Bär? Was? Lebensenergie im Tank wird gelagert. Duschen wird Grundtie, wenn Tank ist voll. Dann neuen Körperduel wirst haben. Okay. Klar. Klingt plausibel. Welch herrlich niederträchtiger Plan. Wie lange wird es dauern, bis der Tank voll ist? Sie halten nicht mehr. Schlank du nicht bist. Also viel wird benötigt. Ah. Also fangt an zu ballern. Ballern. Oh Mann. Geduld. Du musst haben. Ziel erst gefunden werden muss. Hm. Hm. Der vermaledeite Chingaling gab dem Pelz hier gerade ein Puzzle. Dann sollten wir wohl den Chingjoe-König abmalen. Autozielsuche B.O.B. hat Knopf. Du nur musst drücken. Sack. Dann los geht's. Aufgewärmt B.O.B. nun ist. So, Feuersequenz jetzt startet. So, jetzt wird der Pimmelkönig getötet. Das ist natürlich sehr tragisch, aber. Unerlässlich für den Fortschritt der Geschichte. Naja. Oh. Sieht so schön golden aus. Und so. Käse? Ich weiß nicht. B.O.B. hat getroffen. Lebensenergie. Er jetzt stiehlt. Okay. Gut. Danke. Pech. B.O.B. hat gehabt. Wer wir haben verpasst. Oh nein. Aber den Chingling. Egal. Wie steht sie mit dem Verräter Chingling? Ich meine, wenn sie sagt Verräter, würde das ja implizieren, dass er zu ihr gehört hat vorher? Dass er ihr gedient hat oder so? Ich weiß es nicht. Er wurde zum Zombie. Und da ist das coole, kleine, rassierte Spitzmaus-Ding. Oh. Erfolg B.O.B. hatte Chinglingslebensenergie. Erfolgbensenergie, wie er jetzt haben. Ah. Gut. B.O.B. Let's. Lasst uns die ganze Insel abballern. Äh. Dass wir erst können, wenn B.O.B. aufgeladen ist. Stunden, das wird dauern. Und wer wird sich rächen? Pah. Keine Sorge. Jetzt, wo der Maulwurf und Chingling weg sind, steht er allein da. Er wird uns nie rechtzeitig finden. Ah. Ja, genau. Gute alte B.O.B. Control. Oh, Mann. Ich liebe die Story. So. Okay. Ähm. Ja. Das sind jetzt die ganze Insel-Chin-Chu-Häuser. Was ist da mit Aufsicht genau? Warte ich später noch genauer erklären. Aber ich glaube, hier drin war noch irgendwas. Wir gehen noch mal rein zum Chingling. Hallöle. Was geht ab, Freunde? Ich glaube, macht er Schaden oder fliegen wir noch weg? Nö, der haut nach uns, ne? Da ist das Böse. Oh. Und das Coole. Viel hat Angst. Okay. Äh. Hier war doch irgendwo noch ein Gang oder sowas, oder? Muss mal ganz kurz schauen. War hier nicht irgendwo was? Hm. Sei schnell im Trampeltal. Ah, okay. Er gibt mir gerade noch Tipps. Das ist ja nett. Wo war denn hier nochmal ein geheimer Gang? Bin ich doof? Ich bin mal ein Mann, kann ich mir noch irgendwo hin? Oh mein Gott. Ich weiß das gar nicht mehr. Schreibt es mir in die Kommentare, liebe Freunde. Da stehst du eine Unterhaltung. Ich... Wo war denn das? Bin ich doof? Müsste ich ja das hier noch? Ich werde wahnsinnig. Ich gucke nochmal ganz kurz rum. Ich brauche schon mit Schaden, wollte ich gerade sagen. Ähm. Ja, okay. Gut. Dann halt nicht. Ich hoffe, es geht. Hm. Dann war das doch woanders vielleicht. Naja, egal. Zurück. Ähm. Ich geh da mal. Tschüss. So. Alles klar. Nachdem wir ganz viele Tote hinter uns gelassen haben, würde ich sagen, wir betreten Bottles Haus. Wir haben ja noch ein paar andere Sachen, die wir auch... Ähm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das da, das will ich haben. Also, ähm. Das da. Oh mein Gott. Hier kommen wir schon hin. Oh mein Gott. Ich will das haben. Ich gucke mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Ähm. Ähm. Oh, die Kamera ist echt... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Denn wir haben eine Mission. Wir müssen... Bottles rächen. Oder im besten Fall ihn sogar wiederbeleben. Gut. Aber bevor wir Bottles Haus betreten, möchte ich mich bei euch verabschieden. Und sagen dann mal ciao und bis zum nächsten Mal. Bye.